Mein Name ist Nando Stöcklin. Ich kann vielleicht ganz kurz etwas zu mir sagen. Ich habe ursprünglich Ethnologie studiert, also Völkerkunde. Und dann so gegen Ende des Studiums, eigentlich war ich schon fast fertig, haben gedacht, was mache ich jetzt damit? Wer braucht Ethnologen? Es braucht irgendwie niemand. Ich hatte das Glück, ich habe ja gar nichts. Ich habe etwas über fremde Völkerwissen, aber was bringt mir das? Und dann habe ich gedacht, was kann man machen, wenn man eigentlich nichts kann? Und dann bin ich dann an der PA gelandet, pädagogische Hochschule, in einem E-Learning-Bereich, wo ja, wir hatten im E-Learning-Bereich gewesen. Damals überall sind die E-Learning-Bereiche zum Boden ausgestampft, dort an der PA. Und dann bin ich dort gewesen, so zu ganzen Sachen aufgekommen, mit Wiki und Blogs und die ganzen Möglichkeiten. Web 2.0, so ein grosses Schlagwort. Und mich hat dann angefangen zu interessieren, was passiert eigentlich mit uns? Was macht all die Möglichkeiten mit uns? Und dann habe ich gemerkt, das ist vieles grösseres Thema. Da geht es einfach nur irgendwie um ein paar Blogs, die man nutzen kann und ein bisschen Web 2.0 und interaktiv und was da alles möglich ist. Sondern es ist eine fundamentale Veränderung unserer Gesellschaft. Und dann bin ich dort reingegangen und habe einfach den jahrelang untersucht und habe die Freiheit zum Glück gehabt, um einfach dort reingegangen und zu schauen, was passiert da eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein, ich glaube, wir sind im wahrscheinlich intensivsten Gesellschaftsumbruch der Weltgeschichte. Oder von der Menschheitsgeschichte zumindest. Es gab so ein paar frühere Umbrüchphasen, aber wenn das Tempo jetzt so hoch ist, bekommen wir mehr als Generation einfach wahrscheinlich extrem viel von dieser Veränderung mit, die sonst über x Generationen gegangen ist. Und dann bin ich ins zweite Thema hinein. Und das war so das Spielen. Games. Da sind so die ganzen Games, die Online-Games aufgekommen. Und ich habe dort einiges ausprobiert und einfach geschaut, was ändert das jetzt. So auf Facebook zum Beispiel. Also die Farmville und so zu geben. Was ist jetzt eigentlich das Neue an diesen Games? Dann meinte ich, das Spiel war drin. Es war nicht ein Facebook-Spiel. Und das war so ein klassischer Spiel. Völlig simpel eigentlich. Milder Westen. Ich fahre hier als etwa ein Greenhorn. Also man kann nichts. Das habe ich mir sehr wohlgefühlt. Und einfach mal angefangen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Spiel, wo man einen künstlichen Avatar als irgendeine Spielfigur aufleveln muss. Also man muss es immer besser machen. Und dann habe ich gedacht, ja was passiert jetzt, wenn irgendjemand das Spiel herstellt, den Stecker zieht und das Spiel ist weg. Gibt es nicht mehr. Dann habe ich hunderte Stunden investiert für etwas, also für einen Pixelauf, die irgendwie dann wieder weg ist, wenn jemand den Stecker zieht. Und dann ist die Frage gekommen, warum investieren junge Leute hunderte Stunden in einen künstlichen Avatar aufzuleveln, also immer besser zu machen. Und wenn es darum geht, sich selber aufzuleveln, dann ist null Bockstimmung. Und das ist eine Frage, die man sich nicht stellen sollte, wenn man an RPA arbeitet. Weil die eine Frage führt zu der Nächsten und zu drübennächsten und zu drübennächsten. Und ich bin völlig unbedarft an RPA gelandet. Ich habe keine Ahnung von selberer Schulerfahrung, aber es ist keine Ahnung von Pädagogik und Schule. Und wenn man sich diese Frage anfängt zu stellen, dann können wir so viele Fragen, dass man ganz viele Sachen einfach denkt, das ist eigentlich ganz komisch, was da läuft. In dieser Schule und mit dem Lernen. Und was ist eigentlich Lernen? Und geht es eigentlich darum, dass Kinder sich gesund entwickeln? Oder um was geht es eigentlich in dieser Schule? So. Das war mein Weg. Und dann bin ich in dieses Thema zum spielerischen Lernen. Und dann habe ich mich noch stark damit auseinandergesetzt. Jetzt habe ich aber eine Frage mitgebracht an euch. Nämlich, es sind wahrscheinlich die meisten von euch Mütteren. Ich glaube die meisten sind Mütteren, oder? Was wünscht ihr euch denn für eure Kinder? Was ist das, was euch wichtig ist? Was sagt ihr? In dieser Kindheit macht ihr tausend Fehler als Eltern. Aber was ist eigentlich erfüllt? Das ist gut gelaufen, wenn das Kind erwachsen ist. Was wünscht ihr euch für das Kind? Nein. Freiheit. Also was für Freiheit meinst du jetzt? So in dem Herzen und einfach so als Entwicklung, also um sich zu entfalten. Mein Wunsch ist, dass die Kinder sich selber sein können. Ich habe das Gleiche gesagt. Ja. Sich selber vertrauen und sein Leben. Also vertrauen in sich und sein Leben. Sein innerer Feuer entdecken und so. Mhm. Ich finde, es gehört mehr viel Spass dazu. Also für mich sollte es Spass machen. Mhm. Mir geht der Platz aus. Ich habe verstanden, was ihr wollt. Ich glaube, das ist etwas Gleiches, was ich habe. Also könnte ich mich anschliessen natürlich. Also für mich ist es, weil ich ja den gleichen Gedanken hatte wie du mit den Games und Avataren, vor allem in Richtung Menschlichkeit. Ja. Ich bin nicht verloren. Also. Die hauen wir doch mal unten an. Das sind eigentlich schon recht schöne Details für, wenn wir es zusammenfassen, vielleicht einfach sich gesund entwickeln können. Also das Kind, das sich gesund entwickeln kann. Das, was vielleicht im Kind veranlagt ist, mit dem Feuer und alles, was da drin ist, dass sich das irgendwo zeigen kann. Und wenn man jetzt im Schulsystem, ich weiss nicht was, wir sind jetzt in einem Homeschooling. Ich weiss nicht, ob alle von der Homeschooling zählen kommen oder so freies Lernen. Ihr nicht? Haben die Kinder in der öffentlichen Schule? Ja. Gut. Dann muss ich vorsichtig sein. Die Ziel ist ja, dass ihr mich überzeugt, dass ich völlig auf dem falschen Dampfer bin. Und dass ich die kritischen Fragen, die ich habe, vielleicht zu Unrecht habe. Weil dann kann ich mir das auch in der PA zeigen. Ich habe das Gefühl, es geht ganz stark um eine gesunde Entwicklung des Kindes. Das ist das, was sich Eltern eigentlich wünschen. Und das hängt damit zusammen, dass sie irgendetwas lernen müssen in dieser Zeit. Die Frage ist, was? Ist es denn das, was im Lehrplan steht? Oder was genau sollten sie eigentlich lernen? Ja, sie müssen einfach irgendwie irgendwie aufs Leben kommen. Wahrscheinlich auch, ja. Für mich sind so drei Fragen, also drei Unterfragen eigentlich. Das eine ist, es muss irgendwie auch in die Gesellschaft passen. Also es muss irgendwie, wenn man das Kind irgendwo… Wenn ich jetzt als Kind sage, okay, mach irgendetwas und tu dich einfach entfalten, so wie du bist. Und dann passt das überhaupt in die Gesellschaft rein. Das gibt ja auch nur Konflikte. Also es muss irgendwo in die Spielregel der Gesellschaft reinpassen. Irgendwo eine gesunde Entwicklung soll es sein, dass sich das Kind wirklich gesund fühlen kann. Und mit möglichst wenigen Themen usw. aus der Kindheit wieder herauskommt. Ich glaube, das sind für mich so die Hauptdinge. Da sollte man schon irgendetwas lernen, ist klar. Und das, ja… Ich glaube, diese drei Sachen sollten wir mal anschauen. Was ist eigentlich jetzt das Paradigma der alten Gesellschaft? Warum dickt die Gesellschaft so, wie sie dickt? Und wie wird sie wahrscheinlich in die Zukunft dicken? Und entsprechend, was braucht es denn eigentlich, dass das Kind in dieser neuen Gesellschaft gesund entfalten kann? Ist das gut? Können wir das mal anschauen zusammen? Also, würde ich doch mal in den gesellschaftlichen Shift hineingehen. In das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich das Gefühl hatte, wir sind wahrscheinlich im grössten gesellschaftlichen Umbruch, oder im intensivsten gesellschaftlichen Umbruch, den es je in der Menschheitsgeschichte gibt. Und ich möchte jetzt nur einmal die letzte Gesellschaft anschauen und die jetzige Gesellschaft. Und ich möchte anfangen mit der Geschichte. Ich war etwa 14, 15 Jahre alt. Da hatte ich eine Gelegenheit, in der Firma, die mein Vater gearbeitet hat, im Betrieb zu arbeiten. Das war so eine metallverarbeitende Firma. Und ich konnte dort arbeiten. Und habe dort Blech abkanten können. Und dann kam ich heute in den Betrieb hinein. Und der Vorarbeiter kam, hat mich genommen und hat mich hinter eine Maschine gestellt und gesagt, was ich machen soll. Und da war rechts ein Ballet mit so einem Blechstreifen drin. Und da hat er gesagt, ich soll den Blechstreifen nein, die Maschine hineinschieben und dann ein Pedal drücken. Und dann hat es den Blechstreifen um abgekantet. Das hat so ein L gemacht daraus. Und dann noch einmal das Pedal drücken. Also noch einmal den Anschlag schieben und das Pedal drücken. Und dann hat es ein U-Profil gegeben. Also kann man sich vorstellen, ich habe einen Blechstreifen, der gerade war. Am Schluss war es so ein U-Profil. Also auf die Seite schieben, da war ein leeres Ballet, den nächsten Blechstreifen auch. Und weitermachen. Und ich fand das mega toll. So ein 40-Jähriger, 50-Jähriger, mit einer grossen, mächtigen Maschine. Vielleicht eine halbe Stunde lang oder so. Und dann ist es mir einfach langweilig geworden. Und was macht man, wenn es einem langweilig ist? Mit Fotos spielen. Und zwar stellte ich mir die Challenge, wie viele Blechstreifen kann ich abkanten in einer Viertelstunde. Dann gab es eine Zahl. Ich weiss nicht, was die Zahl war. Und dann habe ich nachher geschaut, ob es mein Highscore hat. Kann ich das knacken? Und so ging es Viertelstunde und Viertelstunde herum. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich viel auf die Uhr schaue. Weil ich ständig schaue, wenn die Viertelstunde herum ist. Und dann habe ich mir die Herausforderung gegeben, um zu schauen, wie lange ich es arbeite, um nicht auf die Uhr zu schauen. Aber die Zeit ist wahnsinnig langsam herumgegangen. Und dann habe ich gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und dann habe ich gefühlt zwei Stunden später auf die Uhr geschaut und sah, dass es zehn Minuten dauert. Also, für mich waren das zwei Wochen. Ich war dort. Ich habe dann gesehen, wie die Leute, die dort immer geschafft haben, nicht einfach nur zwei Wochen, sondern die dort angestellt waren, wie die angefangen haben, um zwei vor zwölf ein, sich vor dem Stempelautomat aufzuhalten. Und gewartet haben, bis der Zeiger ganz oben war. Und dann ging der Betrieb innerhalb von ein paar Minuten. Vielleicht war das alles in einem Fall gegangen. Also, man hat gesehen, wie sich die aufs Mittagessen gefreut haben, wie sich die auf den Feierabend gefreut haben, wie sich die aufs Wochenende gefreut haben, wie sich die natürlich auch auf Ferien gefreut haben. Und da kann man sich dann auch ausrechnen. Ja, die leben ja gar nicht. Die sind dort, machen den ganzen Tag eine Handbewegung, ähnlich wie ich das gemacht habe. Zum Teil können sie vielleicht etwas schrauben. Das war aber schon fast das Ultimative. Irgendwie Gestell zusammenschrauben oder so. Was macht das mit diesen Leuten? Und sind das noch? Wie fühlen sich denn diese? Die leben ja nur am Feierabend. Oder am Wochenende. Oder dann in den Ferien. Und da können sie irgendwo an den Strand und dann können sie die Zahl rauslassen. Dann staunen wir uns, dass die Welt irgendwie kaputt ist. Weil alle einfach die Zahl rauslassen immer. Aber die müssen irgendwann noch leben können. Die müssen irgendwann noch leben können. Und das war, glaube ich, ganz stark der Charakter dieser Welt. Da gab es Maschinen. Das war eine mechanische Welt. Da gab es Maschinen. Und die haben dazu gezwungen, das zu machen, was die Maschinen hatten. Das war meistens eine Funktion. Abkanten. Oder Stanzen. Oder irgendetwas anderes. Natürlich haben nicht alle in der Fabrik gearbeitet. Natürlich haben auch ganz viele irgendwo im Büro gearbeitet. Oder so. Klar ist es dann besser. Aber wie viel besser ist es denn eigentlich? Auch dort ist doch ganz viel Routine. Ich habe in der Steuerverwaltung gearbeitet. Aber ich stelle mir das doch auch irgendwie ähnlich vor. Hast du nicht die Blechstreifen, die du bearbeiten? Aber du hast halt Steuererklärungen. Dann nimmst du eine Steuererklärung nach der anderen. Du brauchst ein bisschen länger, als ich den Blechstreifen abkante. Aber es ist auch einfach Routine. Und irgendwann ist es doch einfach langweilig. Und genau das war der Charakter von vielen Tätigkeiten. Von eigentlich den meisten Tätigkeiten in dieser Welt. Und warum haben das die Leute gemacht? Logisch. Das war die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also es war nicht einfach blöd, als sie es gemacht haben. Sondern es hat absolut Sinn gemacht, dass sie es gemacht haben. Und jetzt kann man sich vorstellen. Jetzt gehen wir in die Täufer. Dann fragen wir, was ist eigentlich das Paradigma dieser Gesellschaft? Also nach was streben die Leute? Und als ich die Frage gestellt habe, bin ich recht ins Grübeln gekommen. Ja, was ist denn das, was sie eigentlich antreibt? Und nach was sie streben? Und ich hatte das Gefühl, es geht darum, Vorgaben von anderen zu befolgen. Also wenn ich in dieser Fabrik bin, dann bin ich genau so lange in dieser Fabrik und darf den Job machen, den ich ja brauche, um Geld zu verdienen, wie der Chef mit mir zufrieden ist. Also wenn ich die Erwartungen, die der Chef an mich hat, erfüllen kann, dann sieht es gut aus. Und ich weiss, wenn mein Vater in dem Büro gearbeitet hat, und er hat mir gesagt, es gibt Vorgaben, die wissen genau, eine Blechstreife, ich weiss es eben nicht mehr. Ich brauche zum Abkanten, keine Ahnung, 3 Sekunden, 2 Sekunden, irgendetwas. Also wenn ich dann 10 Sekunden brauche, freie Blechstreifen macht das nichts, aber das sind dann irgendwie 10'000 Blechstreifen. Weil wenn das Ballet leer war, ist einfach das Nächste der Herzkarrer gekommen. Dann war ich eine Weile dran. Und das macht etwas aus, brauche ich 2 Sekunden oder brauche ich 10 Sekunden? Und wenn ich 10 Sekunden brauche, ich war in einem Vierredschöppler, mir wäre sie grosszügig gewesen, aber wenn ich jetzt fest angestellt wäre, hätte ich ein relativ schnelles Problem gehabt. Das heisst, ich muss schauen, was sind denn die Wartungen an mich, die erfüllen und dann sieht es gut aus. Und jetzt gehen wir mal in die Kinder hinein. Die Kinder sind ganz anders. Die würden vielleicht auch gerne mal so spielen, aber das ist für sie ein Spiel und nach einer halben Stunde ist es wieder langweilig. Genau so ist es mir langweilig gewesen. Aber wenn man das Kind lässt, dann spielt es einfach. Und mit spielen meine ich einfach, sie machen eine Tätigkeit, sie packen eine Herausforderung aus dem inneren Antrieb. Ob das jetzt auf den Baumklädern ist oder irgendwie Schuhzimmer auseinander. Es ist egal was, aber es ist eine Herausforderung aus dem inneren Antrieb, den sie anpacken. Das ist kompetent etwas anderes, als das, was man in der Fabrik macht. Jetzt ist die nächste Frage, wie bringt man diese dazu, um vom Spielen wegzukommen, von dem wegzukommen, was sie eigentlich von innen her gerne machen. Dass sie nachher ein Leben lang irgendwo in der Fabrik stehen oder irgendwo auf dem Bürostuhl sitzen und einfach mehr oder weniger, wie man es gleich machen kann. Diese Frage werden wir aber später beantworten. Jetzt wollen wir in den Wechsel hineingehen. Jetzt sind wir in diesem Wechsel. Wir sind irgendwo 1980. Das ist für mich der Knackpunkt. Was ist 1980 passiert? Wir können das an einer Grafik zeigen. Es gibt eine Studie, eine Erhebung aus der USA. Über 40 Jahre hinweg hat man den Arbeitsmarkt beobachtet und sämtliche Tätigkeiten in den USA, die es gibt, also berufliche Tätigkeiten, in Kategorien eingeteilt. Und dann geschaut, wie sich die Kategorien im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Und die hat alle irgendwo hier angefangen. Da hat man einfach gesagt, wir beginnen hier an. Und dann schauen wir, wie sich diese Kategorien weiterentwickeln. Und dann ist eine Kategorie, die ist schon relativ früh nach unten gegangen. Also da haben wir 1980, da haben wir 1960, und da haben wir 1998 oder so jetzt auf. Knapp 40 Jahre. Die ist schon relativ früh nach unten gegangen. Das sind die Tätigkeiten, die stark die Hand braucht. Handarbeit. Kann man sich vorstellen, das sind natürlich erstens Maschinen, die immer geschickter waren, die gehabt sich Maschinen gehabt haben, wo man sonst einen Deckel draufschreiben konnte, die man nicht selbst hat müssen. Und aus Sicht der USA sicher auch gewisse Abwanderungen nach Asien. gewisse Tätigkeiten ausgewandert sind. Interessiert uns nicht so. Spannender ist eine Kurve, die war ungefähr konstant bis 1980. Konstant. Das ist doch eine Banane. Und da geht die Kurve letztlich gegen runter. Es sind eigentlich zwei Kurven. Wir tun das so, als ob es nur eine wäre. Das sind Routinentätigkeiten. Routinentätigkeiten sind Tätigkeiten, die sich ständig wiederholen. Genau das, was ich gemacht habe. mit dem Blähstreifen. Oder genau das, was in der Steuerverwaltung wahrscheinlich passiert. So stellen wir es vor. Routinentätigkeiten. Warum geht die 1980 plötzlich runter? Weil die Computer kamen in die Privatwirtschaft. Und was kann ein Computer? Ein Computer kann genau das Routine durchführen. Wir haben es vorher gesehen. Wir haben da etwas umrandet. Und so. Mit dem Computer. Weil die sind ganz dumm. Wirklich sauddumm. Die können eigentlich nur etwas, nämlich ein Rezept runterspulen. Wenn das ist, dann macht das. Und wenn das andere ist, dann macht das andere. Das ist das, was ein Computer kann. Wir können das nicht. Nur sind die halt so viele Bands und so viele Tänze, dass es relativ viel können. Und immer mehr können mittlerweile. Aber das ist das, was ein Computer kann. Das sind Routinentätigkeiten. Also heute würde es, ich weiss nicht, ich war ewig nicht mehr in so einer Betrieb, wo sie irgendwie Blech abkannten. Aber theoretisch könnte man hier ein Programm reintun. Ich bin überzeugt, das gibt es. Bei der, zumindest, moderneren Maschine. Kann man das programmieren und dann kann irgendein Saugnapf kommen die Blechstreifen reinzuschieben, runterziehen. Ein Pedal braucht es nicht mehr. Das kann irgendein Impuls auslösen und dann die nächste Blechstreife mit dem Saugnapf. Problemlos. Kein Problem. Also bräuchte es mehr, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Da gibt es natürlich jetzt ein Problem mit der Arbeitslosigkeit. Wenn es da einfach immer weniger Tätigkeiten gibt, die der Mensch kann machen. Zum Glück gibt es noch andere Kurven. Das sind auch zwei Kurven, die gehen nach oben. Also jetzt auch vereint in einer. Komplexe Tätigkeiten. Komplexe Tätigkeiten, wo ganz hoher Bedarf ist an Kompetenzen wie Kreativität, Problemlöserfähigkeit, Sozialkompetenz. Also wir müssen gemeinsam irgendwie einen Weg finden in einem Unternehmen, um eine relativ komplexe Geschichte eine Lösung dafür zu finden. Auf denen gibt es immer mehr. Darum haben wir kein grösses Problem mit der Arbeitslosigkeit, obwohl die andere Zahl stark runtergegangen ist. Jetzt, es ist USA, die Schweiz, das DSA, hat also die Schweiz nachgespielt oder nachgestellt diese Studie. Die ist ein bisschen aktueller gewesen. Die Studie geht glaube ich bis 2010, die Studie. Die Entwicklung ist praktisch dieselbe. Also haben wir eine Verlagerung von Tätigkeiten, die routinische Tätigkeiten sind. Und das sind eigentlich aus meiner Sicht nicht menschliche Tätigkeiten. Da wird der Mensch zum Roboter. Da gelangt die gleiche Bewegung machen. Das ist jenseitig. Und das ein Leben lang. Im Extremfall. Zu komplexen Tätigkeiten, die plötzlich spannend werden, gemeinsam irgendwo eine Lösung umeinander tüfteln. Das könnte richtig Spass machen. Also es ist eigentlich eine sehr positive Veränderung, die jetzt passiert. Es braucht ganz andere Kompetenzen. Da braucht es irgendwie so etwas wie Disziplin, wie Fliess. Also wenn wir auch kreativ sein und wirklich schwierige Probleme lösen müssen, dann kommt man da nicht weiter. Was ist denn das neue Paradigma? Das ist jetzt nur ein, das haben wir noch den Arbeitsmarkt angeschaut. Wir könnten jetzt noch in Mediatheorie reingehen. Ich habe das Gefühl, es macht jetzt wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ganz ganz kurz. Mediatheorie heisst, wir gehen an die Mediatheoretiker schauen, was passiert, was ist denn früher passiert, wo es so etwas Neues, neue grosse Umbrüche gibt. Mediatheoretiker das zentrale Mittel, wie man in der Gesellschaft kommuniziert, ins Zentrum stellen. Das ist das erste Mal, das war mündlich. Wir haben einfach mündlich miteinander diskutiert. Und irgendwann wurde das Alphabet erfunden oder entwickelt und dann konnte man die Informationen schriftlich weitergeben. Das war der erste grosse gesellschaftliche Schrift. Und wir können auch mal schauen, was da passiert ist. Also da hat man mündlich, ich schreibe mal Oral hinein. Das ist die Kommunikationsform. Das waren Jäger und Sammler von der Wirtschaftsform her. Dann ist das Alphabet hier dazwischen. Da konnte man schriftlich miteinander kommunizieren. Und die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt von einer Jäger- und Sammlerkultur in der Ackerbau- und Beiezuchtkultur. Das heisst, sie sind sesshaft dort. Es war ungefähr mehr oder weniger gleichzeitig. Und ich tue das jetzt so, als ob das alles so schön linear war. Es war nicht so linear. Es war hin und her wieder zurück. So Jäger und Sammler und dann wieder. Also es war je nach Kultur und je nach Gesellschaft wieder etwas anders. Letztlich gibt es dann gleich einen roten Faden und dann ist es so etwas weitergegangen. Und dann ist irgendwann der Buchdruck gekommen. Der Buchdruck wurde gefunden. Das war der zweite grosse gesellschaftliche geschifft. Also das ist Buchdruck wie eine Art Printkultur. Das heisst, wir können Informationen extrem schnell verbreiten. Wir können ein Flugblatt drucken und die ganze Stadt voll klatschen damit. Und ein Buch schreiben können. Plötzlich hat die Kirche nichts mehr zu sagen gehabt. Alles das hat die Auswirkungen eigentlich aufschreiben. was da war. Und die Wirtschaftsform ist die industrialisierte Gesellschaft. Die ganzen Maschinen sind dann gekommen. Und jetzt sind wir im dritten grossen Leitmedienwechsel, weil das Internet gekommen ist. Also das sind nicht die Computer zentralen, sondern das Internet ist eigentlich zentralen. Als Kommunikationstechnologie. Das heisst, wir haben heute eigentlich ist das Internet so die zentrale Kommunikationsform. und die bestimmt die ganze Gesellschaft. Weil die Kommunikation durchdringt alles. Das Internet ist z.B. extrem schnell. Und die Beschleunigung ist überall. Dann müsste es wirklich gleich aussteigen irgendwo im Wald raus gewohnen. Dann könnte man sich dieser Beschleunigung entziehen, aber sonst könnte man sich dieser fast nicht entziehen. Also. Digital. Das mit Kommunizieren digital. Da mache ich mal ein grosses Fragezeichen. Wissen wir nicht so genau, was ist das denn für eine Wirtschaftsform, genau? Aber. Dank dieser Beschleunigung werden wir es wahrscheinlich bald wissen. Es kann gut sein, dass wir die ganze Entwicklung von hier nach hier mitbekommen. Und jetzt sind wir alle auch ein bisschen am Lernen interessiert, die heute hier sind. Und jetzt kann man auch mal schauen, was ist denn da passiert. Hier hat man einfach in der Gesellschaft. Also die Kinder sind in der Gesellschaft aufgewachsen. Die Jüngeren haben es den Eltern ein bisschen abgeschaut. Die älteren Kinder und Grosseltern. Und die haben noch Geschichten gehört. Das war das klassische Lernen in der Jäger- und Zusammengesellschaft. In der Gesellschaft. Also ich sage auch mal, was ich schreibe, weil Sie wahrscheinlich sowieso mitlesen können. Dann ist Ackerbau und Vizokultur gekommen. Da hat es dann auch dann so Brüfe gegeben. Irgendwie hat es dann Zimmer an Leute gegeben, Mauern gegeben und Zünfte gegeben. Also das hat man irgendwo in den Zünftinnen gelernt. Oder man hat in den Kloster eine Ausbildung machen können. So. Aber es war eigentlich direkt eine Fachausbildung. Und da ist in der Industrialisierung kam dann die öffentliche Schule, wie wir sie kennen. Schreibe einfach mal Schule. Die Schule ist, da müssen wir uns ganz klar sehen, das ist die Schule, die Anfangszeiten der Industriellen Revolution oder Industrialisierung entstanden ist, um die jungen Leute auf die Zeit, auf die industrialisierte Gesellschaft vorbereiten. Was wird, wissen wir auch nicht. Aber klar ist, dass das vorbei ist und dass das vorbei ist. Die heutigen Kinder werden vorbereitet auf eine Zeit, die es gar nicht gibt. Die werden vorbereitet auf das, das gibt es aber gar nicht mehr. Zumindest in der Reihenfolge gibt es das nicht mehr. Jedes Jahr, wenn wir weitergehen, gibt es es etwas weniger. Wie müsste man denn die Kinder vorbereiten, dass es wieder hineinpasst? Sie können kreativ sein, Probleme lösen. Was gibt es denn für eine Tätigkeit, wo man kreativ Probleme löst? Spielen, oder? Ich kann von mir aus auch Games sein, ich habe nichts gegen Games. Aber da muss man sehr gut hinschauen, warum und wie spielen die Kinder mit diesen Games? Also ich sehe, dass jemand genau die Fähigkeit hat und die Veranlagung hat, wo sie im Game perfekt ausleben Es kann aber auch sein, dass jemand einfach das, was eigentlich in ihm veranlagte ist, verloren hat, den Zugang dazu verloren hat. Das Game ist das, was relativ hoch ist, wo Spass macht, wo es einen Algorithmus hat, wo sie gefangen behalten. Es kann beides sein. Dann können wir schauen, wie fühlt sich das Kind entzogen an? Ist es wütend oder ist es erfüllt? Aber spielen heisst für mich nichts anderes als eine Herausforderung anpacken aus dem inneren Drang heraus. Einfach das machen, was in dem Kind veranlagte ist. Zwar gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt. Beim Spielen tut das Kind eigentlich immer das ausleben, das im Kind veranlagte ist und das jetzt bereit ist, um es zu entfalten. Und es sind immer Herausforderungen. Es sind Herausforderungen, die das Kind anpackt. Das heisst, es sind Probleme, die das kreativ lösen. Das ist genau das. Das ist nur eine Begründung. Aber wir gehen vom Paradigma an, was wollen denn andere von uns? Gehen wir weg zu? Was will denn aus mir heraus geboren werden? Was will hier entstehen? Das ist eine komplett andere Haltung. Nach meiner Logik müssen wir den Kind maximal die Zeit zum freien Spielen zur Verfügung stellen. Wir können später schauen, was braucht es vielleicht noch andere Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich ist jede Stunde, wo man Kinder vom Spiel abhalten, eine Stunde zu viel. Jetzt kann man überlegen, was passiert mit den Kindern, die in die öffentliche Schule gehen. Tut mir leid. Was passiert mit denen? Wir können Eltern immer gerne Steuern geben. Was passiert denn mit denen, die dann gehen pro Tag? Sechs Stunden oder sieben Stunden? Durchschnittlich. Plus, minus. Und dann Aufgabe, je nachdem. Und dann noch irgendwo noch irgendwie Förderunterricht und da noch irgendetwas dazu. Und dort noch Klavierunterricht. Der Tag ist meistens voll. Wobei, die Spiele? Meistens ganz, ganz am Rand. Und wir sehen sie schon, wir sagen sie schon irgendwie mit unseren Prioritäten, die wir setzen als Eltern, als Lehrpersonen. Mach die erste Ausaufgabe, dann kannst du nachher spielen. Nein! Tue doch die erste Mal spielen und wenn ihr sonst Zeit losst, dann können wir eine Ausgabe machen. Das wäre doch das Richtige. Aber dann haben wir ein Problem mit den Lehrern wahrscheinlich. Wobei, manchmal sind die Lehrern ganz offen. Es wäre jetzt einfach mal das, was passiert. Also die Gesellschaft verändert sich fundamental. Und das müsste man natürlich jetzt beim Lernen, könnte man das berücksichtigen. Und vielleicht geht es auch einen anderen Weg als das, was ich jetzt gesagt habe. Ich sehe einfach, Zeit wäre reif für das. Und jetzt können wir dann nachher reingehen in die gesunde Entwicklung. Was braucht es denn, dass das Kind sich gesund entwickeln kann? Und dann behaupte ich, wäre das, das Kind nämlich spielen lassen. Das, was das Kind braucht für eine gesunde Entwicklung. Und wenn es doch möglich wäre, von dem, von der, die Welt ist nicht bereit für das, der ist gegebnet, dass man die Kinder einfach spielen lassen können, dass sie nachher noch das Leben aussehen können, wie in ihnen veranlagt ist. Warum denn machen? Was spricht denn dagegen? Warum muss man diese sechs Stunden im Tag des Spiels abhalten? Wir müssen das Beste der Angst sein. Was ist denn, wenn wir es so machen, wenn wir es gekommen haben? Oder dann noch eine Lehrstelle finden? Und sie sind sonst Analphabet, das können wir nicht lesen. Was wird das nicht mehr? Dann haben sie nichts, sie sind nichts. Das sind so die Gedanken und die Ängste, die da oben sind in der Gesellschaft, oder? Ja, können die nicht überhaupt lesen und schreiben? Das kann ich dir, also, die muss ich jetzt nicht sagen, aber... Was könnte ich den Leuten, die das behaupten, sagen, Moment, bevor die öffentliche Schule hier angefangen hat, also bevor alle Kinder obligatorisch in die Schule gehen müssen, in die Schweiz, haben drei Viertel schon lesen und schreiben. Jetzt sind es etwa 90%. 10% kommen zu der Schule aus und sind funktionale Analphabeten. kann man da auch noch schauen. Warum ist das so? Aber wenn ich mit 7 Uhr lesen und schreiben lernen muss, und das ist aber erst mit 10 Uhr parat bei mir, von meiner Voranlagung her, dann bin ich ständig überfordert, dann habe ich ein schlechtes Gefühl, dann weiche ich dem aus. Wenn ich dem ausweichen, kann ich es immer schlechter. Und sobald ich zu der Schule komme und es eigentlich noch viel besser ausweichen als in der Schule, wenn ich jeden Tag lesen und schreiben muss, dann verlehne ich es den ganzen und dann kürt ich sie dann 10%, die sie gar noch konnten. Also eigentlich, was die Schule gemacht hat, wenn wir jetzt von Analphabetismus her sprechen, dann ist es eine Schrift von ungefähr 75% zu ungefähr 90%. Das ist das, was die Schule geschafft hat. Das ist okay. Das ist ein Erfolg. Und was ist denn mit diesen 25% die sie es nicht gelernt haben? Ich behaupte, die haben es nicht gelernt, weil die Zugang gar nicht gingen. Wenn zu Hause mit ihnen irgendwo ein Buch rumsteht, in einem bäuerlichen Betrieb im, keine Ahnung, 19. Jahrhundert, oder 18. Jahrhundert, wirst du noch früher gewesen. Wie soll ich das denn Leser und Schreiben lernen? Der Vater findet sie so dumm, da braucht man doch nicht um da irgendwie noch zu melken und den Acker machen. Das brauche ich doch nicht. Aber wenn die Anregung da ist, dann lernen sie auch Leser und Schreiben. Die einen vielleicht mit vier, die anderen vielleicht mit zehn. Aber sie lernen es. Jetzt möchte ich mal reingehen und schauen, was brauchen wir denn, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns gesund entwickeln. Und ich möchte hier anfangen mit vier Motivationsarten. Irgendjemand, der das Thema Angst ins Spiel gebracht. Das schüren wir auf die Angst zu. Es gibt vier Möglichkeiten, warum das wir machen, was wir machen. Ich visualisiere es jetzt ein bisschen. Auf dieser Seite, wir wollen belohnt werden oder wir wollen die Bestrafung vermeiden. Kennt ihr das? Habt ihr ein Beispiel? Noten sind ja als erstes Noten. Bingo, oder? Ja. Also man lernt für eine Prüfung als Kind, weil man will mit einer guten Note oder mit einem guten Zeugnis belohnt werden. Oder man will die Bestrafung von einer schlechten Note und von einem schlechten Zeugnis vermeiden. Genau, sonst muss man nach sitzen. Genau. Und spätestens heisst es dann, okay, du kannst jetzt vielleicht so hinterher, aber mir kannst du halt nicht und dann ist halt ein bisschen weniger gute Berufssicht. Es ist ja auch Bestrafung von der Gesellschaft her. Die Arbeitnehmer kennen wir auch. Die Leute, die in der Fabrik gearbeitet haben, waren doch einfach wegen einem Stutztäter. Es macht ja keinen Spass. Und es macht auch nicht wirklich Sinn. Vielleicht hat es Sinn gemacht, ich weiss gar nicht, dass es aus diesen Fleckstreifen entstanden ist. Vielleicht hätte es etwas Genials gegeben, aber ich wusste gar nicht, was dort entstanden ist. Das ist die erste Motivationsart. Die zweite Motivationsart ist Status. Ich mache etwas, dass ich etwas beliebter werde, dass ich etwas angesehener werde, dass ich etwas wichtiger bin in dem Umfeld, in dem ich drin bin. Karriere zum Beispiel. Ich schaue, dass ich so mal vorgesetzt werde und vielleicht nochmals vorgesetzt und vielleicht nochmals vorgesetzt und dann plötzlich bin ich plötzlich ein wichtiger Mensch. und alle schauen einmal hoch. Die dritte Motivationsart ist, ich mache etwas für einen Sinn. Mir scheint das sinnvoll, das zu machen, was ich machen möchte. Auf der Strasse demonstrieren, für oder gegen irgendetwas. Das könnte vielleicht so eine Motivation sein. Oder vielleicht im Gesundheitswesen arbeiten. Das kann ja auch ein Gefühl von Sinn geben. Oder im Bildungswesen oder wo immer. Und die vierte Motivationsart ist, ich mache etwas einfach aus dem inneren Antrieb heraus. Einfach weil ich gerade Freude habe, weil ich Spass habe. Und wenn wir jetzt in die alte Gesellschaft schauen, die Kinder spielen da auch noch. Die Kinder spielen einfach aus Freude, aus dem inneren Antrieb. Jetzt muss man die holen, packen, und dann machen wir sie mal darüber. Boom. Und dann kann man das als Eltern noch etwas verstärken, wenn man sagt, wenn du mindestens fünf reinbringst, dann bekommst du fünf Schutze. Und wenn du schlechter bist als ein Vierer, dann nimm dir mal eine Woche lang das Handy weg. Der Kollege hat Kinder, die gerade im Übertritt im Alter sind. Säcke real, im kantabären Spätsäcke. Und er hat mir erzählt, was da für Druck ausgeübt wird von Seiten der Eltern. Wirklich, ja. Du hast das jetzt nicht geschafft, du hast die Säcke nicht geschafft, oder die Pizze nicht geschafft, oder was auch immer. Jetzt nimm ich dir einfach mal das Handy weg. Oder nimm dir andere Sachen weg, die dir wichtig sind. Und du darfst jetzt nicht mehr mit dem Reiten gehen. Also mitschudern das. Es gibt sehr viele. Es sind vielfach gar nicht unbedingt die Lehrpersonen. Vielfach sind es die Eltern, die noch viel mehr Druck machen als die Lehrpersonen selber. Diese Eltern sind auch erwünscht. Von wem? Von wem er wünscht? Von der Schule. Andere Eltern sind aber schwierig. Ich glaube, es kommt, also da habe ich zum Teil andere Erfahrungen gemacht. Es kann sein, es kann sein, ähm... Und die auf den Lehrern. Ja, ja. Also ich werde zum Beispiel immer zum Teil auch wieder von Lehrer, oder von Kollegen, Lehrkollegen eingeladen zum einen Vortrag halten vor den Eltern, also Eltern oben. Und ich darf einen Vortrag halten über die Wichtigkeit des Spiels, weil sie sagen, die Älteren, die übertrieben es völlig, die sind völlig, völlig leistungsorientiert und nur noch leistig, leistig, leistig. Hört man doch den Stöckchen mal sagen, wie wichtig es ist. Also es sind zum Teil die beiden, es kommt sicher, es sind einfach Menschen dahinter. Also man holt das Kind da rüber und dann fängt die an, plötzlich nicht mehr das machen, was sie eigentlich machen wollen. Also die schauen nicht mehr, was ist das, was aus dem Meer heraus entstehen, sondern sie schauen jetzt, was sind denn Anforderungen an mich? Kann ich denn diese erfüllen? Im besten Fall, weil dann habe ich kein Problem, dann wird die Belohnstadt bestraft. Und dann kommen sie irgendwann zu der Schule aus. Und was ist der Fokus von Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern ist doch, dass Kinder verraumt sind. dass sie eine Lehrstelle haben, dass sie irgendwo einen Studiumsplatz haben oder was auch immer. Einfach, dass sie verraumt sind. Das ist die gesellschaftlich wichtigste Anlegung an diese Jugendlichen. Warum? Natürlich, dass sie sich selber durchschlagen können. Also dass sie ihr Brot verdienen, also sind wir hier beim Brot verdienen, beim Geld verdienen, sind wir hier. Also sie bleiben dann immerhin da. Und irgendwann sind einfach die Lehre fertig gemacht und sind langsam langweilig und wir können doch noch etwas für eine Karriere machen und dann rücken wir langsam rüber. Und hier bewegen sich die meisten Menschen, bewegen sich hier. Es gibt ein Buch von der Bronny Ware. Kennt ihr das jemand? Bronny Ware, das ist eine australische Sterbebegleiterin. Die hat das Buch geschrieben, was bereuen die am meisten? Dass sie nicht gelebt haben. Dass sie nicht gelebt haben. Das heisst, die waren einfach immer da. Und die vier Motivationsarten liegen auf einer Skala von maximal fremdbestimmt. Eben, wirklich Fokus, das wollen eigentlich die anderen von mir. und da, das ist ein Spielen. Machen, was aus uns rauskommt, was wir im inneren Drang spüren. Das ist nichts anderes als ein Spielen. Das ist die einzige intrinsische Motivationsart, die einzige selbstbestimmte Motivationsart. Die wenigsten arbeiten. Das hat den Sinn. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 50% da sind, das Leben lang. Anhand von gewissen Erhebungen kann man das feststellen. Da weiss man auch relativ genau, wie viele das sind. Da gibt es weltweite Erhebungen, wo die Leute gefragt werden, wer mit Leidenschaft arbeitet. 11% der Schweizer Arbeitnehmenden spüren die Leidenschaft bei dem, was sie machen. Da sind wir ziemlich am Schwanz weltweit. Europa ist ziemlich am Schwanz von den Kontinenten und die Schweiz ziemlich am Schwanz von Europa. Und etwa 50% haben nicht das Gefühl, dass sie etwas Sinnvolles machen. Das heisst, sie sind da hinten. Da kann man sich nicht belegen. Da sind jetzt 50%, hier 11%, also da sind wir irgendwo bei 30%, 40% rechnen müssen wir können. 39%. So, plus minus. Wo irgendwo vielleicht in einem Job sind, wo man doch immer in den Sinn sieht. Also vielleicht Putzfrau oder so. Und wir immer denken, das ist doch ein ganz mieser Job. Das möchte ich jetzt nie. Aber da sehe ich wenigstens, warum ich es mache. Und auch das könnte man mit Freude machen. Auch das könnte man mit Freude machen. Und man könnte es noch ein bisschen besser bei Löhnern und so. Und man könnte es noch gesellschaftlich ein bisschen attraktiv machen. Weil wenn die aufhören, arbeiten, haben wir ein Problem. Aber wenn der Versicherungsmarkler aufhört, arbeitet... Keine Ahnung, ob irgendwo ein Versicherungsmarkler in diesem Umfeld ist, aber... Also ist das der Weg eigentlich... In der alten Gesellschaft ist von hier versuchen, sich langsam ein bisschen vorzutasten. Irgendwann checkt man vielleicht, wenn man etwas hat, wo man irgendwie Sinn gibt und dann schafft man vielleicht einen Sprung. Die meisten schaffen es nie. Natur wäre, dass wir hier starten, dass wir hier sind. Dann wäre es dann, wenn wir hier starten. Wir könnten ja unser Potenzial entfalten. Wir könnten das, was in uns voran lag, ganz automatisch entfalten. Wir könnten dann noch tiefer reingehen. Schauen wir uns das an. Das ist das Alter eines Menschen. Das ist Lernen. Oder Entwickeln. Also ein Mensch, der sich entwickelt, das kommt ja auf die Welt und hat schon gewisse Dinge. Das kann schon, wenn es auf die Welt kommt. Das will nicht ganz unten an. Irgendwie lernen wir die ganze Zeit ein bisschen dazu und entwickeln uns weiter. und je nachdem kommen wir relativ weit rauf. Das ist bei jedem Menschen anders. Und was entwickelt und was lernt, ist er bei jedem Menschen anders? Das wäre eine optimale Entwicklung. Vereinfacht. Es ist ja nie so gerade, sondern es sind meistens so die Schüben, die wir haben. Bei den Kindern sieht man das gut. Aber da würden wir eigentlich uns altersgemäss entwickeln. Bei jedem Kind ist das anders. Remo Largo ist vielleicht ein Begriff. Er hat ja Langzeitforschung gemacht am Kinderspital Zürich. Über Jahrzehnte Kinder begleitet. Und er sagt, jeder Mensch hat so etwas wie einen inneren Entwicklungsplan. Es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wenn irgendetwas reif ist. Jedes Kind steht zu einem anderen Zeitpunkt zuerst auf, läuft zuerst mal, redet zuerst mal. Eben würde dann auch ganz natürlich irgendwann wollen und können lernen, lesen und schreiben. All das würde ganz natürlich kommen. Das wäre die optimale Entwicklung, wenn man das so berücksichtigen könnte. Hier gibt es ein Werkzeug der Natur, das gewährleistet, dass ein Mensch... Du lachst auch wieder. Du sagst immer das gleiche Wort, es stimmt immer. Das Werkzeug der Natur, das dafür sorgt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigen und das entfalten, wenn es reif ist. vom individuellen Entwicklungsplan her. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn da jetzt ein össerer Lehrplan kommt. Du sagst, du musst nicht. Wenn sieben lesen und schreiben, hundertstags ist es wahrscheinlich sechs. Es wären dann gar einige nache. Oder es wäre vielleicht schon nache gewesen und zu lange wird sich das Kind. Und eigentlich wäre es etwas ganz anderes nache. Müssen sich jetzt mit dem beschäftigen? die Entfaltung geht irgendwie so. So. Das ist das, was entsteht. Also ist jede äussere Einwirkung, die verhindert, dass wir uns in diesem Bereich bewegen, ist eigentlich nichts anderes als eine Lernverhinderung und eine Trostung oder eine Beschränkung von unserem Potenzial. Von dem aus auch unseres will gelebt werden. Macht überhaupt keinen Sinn. Warum machen wir es denn trotzdem? Natürlich, weil wir in dieser Gesellschaft Grossworte sind. So. Und wir Kinder müssen abholen, von hierher und dort rüber transportieren. Sonst wären die gar nicht in der Fabrik gestanden. Es gibt schöne Dokumente aus den USA. Dort habe ich mal ein paar gelesen. Seit der Zeit, in der die Industrialisierung aufkam, in den USA, wo so die wilde, die wilde Landbevölkerung, also Landwirte, Farmer und so weiter, langsam keinen Job mitgekommen haben und in die Städte reinkommen sind. Das waren gemäss den Dokumenten unzivilisierte Leute. Und dann war die Frage wie können wir diese zivilisieren, wie können wir diese dazu bringen, dass sie nachher in der Fabrik von morgen am 8. bis zu oben am 5. dort drin stehen und das machen, was sie machen wollen. dann sind sie nachher in die Schule eingeführt. Und dort steht ganz klar, in diesen Dokumenten kann man nachlesen, die Schule ist nichts anderes als einfach eine Disziplinaranstalt. Also das ist eigentlich nur darum gegangen, dass man eben brav in der Fabrik ist und die Vorgaben erfüllt, die dort sind. Es gibt keinen Grund, die Kinder vom Spielen abzuhalten, wenn man jetzt einfach von der Entwicklung, von einer gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht. weil das, wie ich es noch nicht gesagt habe, wenn man hier vorne ist, dann hat man maximale Energie. Da bin ich Feuer. Irgendjemand hat Feuer gesagt vorhin. Da bin ich wirklich voll Feuer. Da habe ich die Neugierde, da habe ich den Drang, das Leben, das gelebt wird. Je weiter ich da übergehe, desto mehr Energie verliere ich. Desto mehr weiss ich auch gar nicht mehr, wer ich bin. Desto mehr habe ich gar keine Leidenschaft mehr. Keine Faszination mehr. Ich habe mit Achtklässlern gearbeitet und gemerkt, dass die Mehrheit von den Achtklässlern keine Ahnung hat, was sie sind, keine Faszinationen haben, keine Leidenschaften haben. Sie lassen die Unterrichtseinheiten einfach über sich gehen und dann gehen sie wieder raus. Es sind abgelöschte Kinder. Nicht alle, aber ganz viele. Genau, die Geschichten, die bis zum Abbruch und so weiter. Schlimm ist. Ist es denn ganz schlimm? Ist wieder ein anderes Thema. Gut, da gibt es einen Gap zwischen der Energie, die ich dort habe und der, die ich hier habe. Und wie wird das gefühlt? Die Leute wollen ja trotzdem, etwa Kinder oder Erwachsenen, die wollen ja trotzdem sich gut fühlen, die wollen ja trotzdem glücklich sein. Die wollen ja trotzdem das Gefühl von Erfüllung spüren. Das wollen alle. Die können es aber gar nicht haben. Die haben ja nie das Gefühl von Erfüllung. Also wahrscheinlich ganz selten. Und da gibt es Ersatzbefriedigungen. Geht man halt ständig das neuste Handy kaufen? Oder das 50. Paar Schuhe? Oder man chatet halt dreimal im Jahr irgendwo ans Meer und lässt dort raus. Was auch immer. Aber irgendwo wollen die die Energie auch haben. Und jetzt kann man mal die ganzen Probleme auf dieser Welt mal anschauen, die wir haben. Zum Teil gehen sie vielleicht auch ins Fussballstadion und bügeln sich mit den gegnerischen Fans. Auch das aus der inneren Lehre heraus. Es ist nichts anderes als eine innere Lehre, die hier entsteht, wo muss gefüllt werden. Ich bin überzeugt, wenn man die Gesellschaft anders bilden würde, wenn man die Kinder hier sehen würde, wären ganz viele Umweltprobleme, Menschenrechtsprobleme, was auch immer. Neid, Hass, all diese Geschichten. Es ist nicht alles weg, es ist nicht alles heile Welt. Aber ich glaube, es wäre viel, viel besser. Wir müssen einfach die Kinder spielen. Wollen wir aufs Lernen eingehen? Das bedingt aber auch, dass man die Dörfer schildern kann. Natürlich. 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 Und das ist ja, glaube ich, die grosse Thematik, wenn wir jetzt eben die Aussenerwartungen an die Kinder haben. dann entsteht die Normierung, es wird verglichen, es entsteht der Konkurrenzkampf, all das entsteht durch das, was man überhaupt Erwartungen hat an die Kinder, die dann normiert irgendwo in einem Lehrplan stehen. Jetzt kann man noch etwas über die Taktik herkommen, vom Unterrichten herkommen und sagen, ja, aber das mit dem Spielen, da lernt man es vielleicht wirklich nicht. Ein Glaubenssatz müsste man loslassen, dass wir diesen Weg einschlagen können. nämlich der Glaubenssatz, dass wir Erwachsene besser wissen als Kinder, was sie lernen wollen. Momentan ist das der gesellschaftliche Glaubenssatz, den wir haben. Wir Erwachsene müssen definieren, in einem Lehrplan schriftlich festhalten, was die Kinder lernen wollen. Wenn wir diesen Glaubenssatz loslassen, würden wir sagen, Stopp! Das stimmt einfach nicht. Das Kind hat einen eigenen Entwicklungsplan. und bis die Kinder in die Schule gehen, respektieren wir das. Ja, vielleicht nicht alle Eltern, aber viele Eltern respektieren das. Es gibt sicher auch die, die versuchen, die Kinder schon aufzuziehen und so, dann soll der Kinder schneller lernen laufen als der Nachbarn. Aber irgendwie, zumindest als Gesellschaft lassen wir sie sein. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wo sie in die Schule gehen, heisst es so, und jetzt kannst du das vergessen, dein Entwicklungsplan ist der äussere relevant. das macht so viel kaputt in unserer Gesellschaft. Und es ist einfach nicht mehr nötig. Wenn sie jetzt sehen, wo die Gesellschaft hingeht, das ist schlichtweg einfach nicht mehr nötig. Das können wir einfach vergessen. Es geht noch ein paar Jahre. Jetzt diskutieren sie mal wieder, ob sie für Noten abschaffen wollen, was es vielleicht andere Bewertungsmethoden gibt. So. Aber in dieser Glauben gibt es ja schon ein paar Jahrzehnte. Weiter geht die offenbar nicht. Haben wir irgendeine Lehrpersonen darunter? Es sind Lehrpersonen? Okay. Jetzt mische ich mich ein kleines Gebiet hinein. Was ist denn, wenn ein Kind einfach spielen lassen würde? Würden sie etwas lernen? Sie würden nicht das lernen, was wir von ihnen wollen, dass sie lernen würden, vielleicht gerade in diesem Moment? Ich finde es eben spannend. Was macht denn eine Lehrperson? Rein didaktisch jetzt. Was versucht eine Lehrperson an einem Umfeld zu schaffen, sodass man als Kind möglichst gut lernt? Es gibt ein paar didaktische Prinzipien. An Vorrösen anknüpfen. Wäre doch nicht spielen. Ich bin nicht Lehrer. Aber ich glaube, das wäre so etwas. Neugierde wecken. Wäre doch so etwas. Spillerisch. Bitte? Spillerisch. Spillerisch überbringen. Ich bin Kindergärmlich. Spillerisch. Ja. Das ist so eine Lehrperson. Ja. Das ist auch etwas. Aber Kindergärmlich. Da dürfen sie ein bisschen spielen. Aber dann beginnt der Ernst vom Leben. Das fühle ich immer wieder. Schon Kindergärmlich. Es geht immer weiter. Genau. Bei uns ist der Schulinspektor, der bei uns kommt, kontrolliert. Der hat ganz klar die Alte. Ja. Am Anfang schaut er noch genau hin. Aber dann geht es richtig los. Was gibt es noch für Prinzipien? Neugierde wecken wäre noch gut. Aufs Vorwissen abstützen. So ein sicheres Umfeld zu schaffen, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Ja. Genau. Ja, das passiert doch. Man spielt alles. Da muss ich doch nicht Neugierde wecken. Die Neugierde ist ja schon da. Und weil sie sowieso da ist. Das Kind will ja nicht etwas machen, wo das Vorwissen nicht da ist. Sondern das macht doch automatisch das, wo es eben reif ist. Weil man eigentlich doch alles vergessen. Es wäre noch viel effektiver, weil dort kommt noch etwas dazu, wo man in der Schule fast... Also ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich würde es nicht als Lehrer arbeiten. Also wenn ich als Lehrer würde arbeiten. Dass sie richtig mit Emotionen dabei sind. Dass die einzelnen Schuhe, aber die ganze Klasse schaffen wir das. Im Kindergarten vielleicht noch eher. Aber ich weiss nicht. Also schafft man das? Dass eine ganze Klasse richtig mit Emotionen dabei ist. Ich glaube auch. Also das ist wahrscheinlich schwierig. Das kann man schon machen. Wenn man so viele Freiheiten lassen mit Individualisieren und so weiter, kann man das schon machen, dass man gewisse Freiheiten geben kann. dass jeder etwas findet, was er an der See andocken kann und voll reingehen kann. Das ist aber schwierig. Beim Spielen entsteht das automatisch. Dann sind sie voll mit Emotionen dabei. Und wir wissen, dass Emotionen wichtig sind, um das Gelernte nachhaltig zu verankern. So dass sie es nicht einfach nach den nächsten Prüfungen wieder vergessen haben. Wir können sie einfach spielen lassen. So, jedes Kind hat schon alles in sich drin, was es braucht zum Lernen. Die erste Sache ist, es braucht Neugier. Die zweite Verspieltheit. Und die dritte Geselligkeit. Peter Gray hat da entsprechend eine Forschung gemacht. Er hat bei anderen Kulturen, bei fremden Kulturen, Jäger- und Sammelkulturen teilweise, geschaut, was braucht man denn eigentlich an der Voraussetzung, um das überhaupt zu lernen. Das sind die drei Sachen. Also, wir haben irgendwo Neugier. Das heisst, man braucht irgendwie etwas, das Neugier weckt. Also, wenn nienes Buch um ein Ansteht, das ist das, was ich gesagt habe, dann kann die Neugier bezüglich Lesen und Schreiben gar nicht geweckt werden. Es braucht Anregung. Wir müssen irgendwie ein anregendes Umfeld schaffen mit Inspirationsmöglichkeiten. Verspieltheit. Ja, es braucht es da, dass ein Kind eben sich dem widmen kann. Etwas entdeckt. Und dann, ah, dann könnte man das und das machen. Und dann könnte man doch mal und so weiter. Was da entsteht, wenn ein Kind etwas entdeckt. Es braucht einen sicheren Raum. Es braucht vor allem Zeit. Und dann Geselligkeit. Es braucht Menschen, die Vertrauen haben. Genau. Ich finde, das ist das Wichtigste. Ja, ja. Und dann braucht es Geselligkeit. Eben vielleicht ein älteres Kind, das einen wieder inspirieren kann oder wo man selber die Erfahrung weitergeben kann. Das braucht es auch. Wenn man im Gleichalter gibt es wahnsinnig viel, sondern es braucht einfach Menschen, wo man Erfahrungen teilen kann, wo man sich austauschen kann. weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind irgendwo ein Teil vom Ganzen. Wir wollen mit anderen verbunden sein. Diese drei Sachen kann man eigentlich wunderbar, wenn man es, eben, kann man wunderbar angehen und entsprechend abdecken. Und da kann man sich einfach spielen lassen. Ich kann jetzt gerade zu dem Gedanken gehen. Kann ich schnell fragen? Ich bin an sich, ihr könnt jeder sich fragen. Ich glaube, langsam Punkt für den Kutter das eine oder andere und sonst kann man einfach diskutieren. Mein Sohn ist in der vierten Klasse und hat das gerade eine deutsche Begriff gehabt. Und jetzt ist ja gerade meine Überlegung, gerade spielerisch angeregt worden. Wie kann er, wie, durch welches Spiel ist denn ein Kind interessiert zum Rechtschreiben? Danke. Das ist emotional, das kann ich nur sagen, wenn man Grossschreiben oder wenn man so und so schreibt, wie man so und so. Für mich ist das wie ein Mitbruch vom Spinnen. Ja, ja. Schwierig. Ja, ja. Ja. Jetzt bin ich nicht nachkommen. Du suchst nach einem Speich für dein Sohn. Durch das wird dann die Erwartung von dir erfüllt, dass er die Rechtschreibung lernt. Also von der Schule? Ja, genau. Da sind wir beim Thema Lernspiel im Prinzip. Lernspiel hat für mich etwas Manipulatives, wie du es gesagt hast. Es hat für mich aber eine gewisse Berechtigung in einem Kontext, in dem einer bestimmte Freund bestimmt ist. Also wenn es die Vorgabe gibt, da steht etwas im Lehrplan drin und da sind wir auch ein Homeschooler und so, sind wir halt dem Lehrplan irgendwie ein Stück weit unterworfen. Aber wenn wir dort ein bisschen mehr Freiheiten haben. Irgendwo haben wir einfach den Inspektor, der reklamiert. Und dann kann es doch Sinn machen, dass man sagt, man versucht das irgendwie attraktiv zu verpacken, wenn es schon etwas muss sein, was sie müssen. Dass man die Erwartung attraktiv verpackt, dass es ein bisschen einfacher ist und ein bisschen angenehmer ist. Finde ich legitim in diesem Kontext. Wenn wir jetzt aber von dieser Seite her gehen, dann stellt sich die Frage gar nicht. Weil das Kind macht automatisch ein Spiel draus oder für ihn ist es sowieso ein Spiel. Und welches Kind, vierklass Kind, sieht den Sinn der Rechtsspiel, dass es zu gross oder klein muss sein? Das interessiert es nicht. Also da kann ich jetzt einfach drücken. Also ich habe drei Kinder, also sie sind schon draussen. Der Jüngste ist noch drinnen. Aber die Mittler, unsere Mittler, haben bis zu der 9. Klasse schulische Sachen nicht gemacht. Aber wirklich nicht gemacht, wenn sie den Sinn nicht gesehen hat. Nicht. Aber sie hat wirklich nichts gemacht. Also sie hat nie Mati gemacht. Die ganze Zeit. Neun Jahre lang nicht. Also in seiner Freischule. Sie ist zwei Tage vielleicht in der Schule gewesen und den Rest ist sie zuhause. Und dann war sie bei meinem Ross. Sie hat neun Jahre Müt gemacht. Also nichts. Sie hat sehr viel gemacht. Ihre, eben, hier, hier, hier hat sie extrem sich ausgelebt. Und im 10. Jahr, sie hat mir das 10. Jahr zugemacht, weil sie das Gefühl hatte, hm, ich weiss ja gar nicht, was ich machen soll. So hat sie das 10. Jahr gemacht. Und plötzlich ist sie gekommen und hat gesagt, hm, ich müsste schon noch ein bisschen Grundbasis lernen von Mati. Hat sie das in ganz kurzer Zeit gelernt? Hey, geschrieben hat sie wie eine Wilde. Also weisst du, wo du gemerkt hast, hey, jetzt hat sie den Sinn entdeckt. Die schreibt nur noch 6 Ritzen in der Lehre. Also das ist null Probleme. Also da musst du wirklich, also darfst du sie einfach frei. Ich habe eine Mädchen begleitet, die ist jetzt schon 4 Jahre auf einem anderen Weg. Ähm, er spielt am Leben, aber er ist gleich Berufsbildungsweg oder wie es auch immer. Also sie macht diesen kreativen Weg. Die hat in der zweiten Oberstufe, ist die noch voll in den Playmobil drin gewesen, sie hat sich so ausgelebt da drinnen, so in der Oberstufe, das ist mir 13, 14 Jahre. Die Eltern sind zu 100% hinter ihr gestanden und sind vor allem Vertrauen gewesen. Und sie haben auch im 10. Schuljahr plötzlich gemacht. Wumm! Und sie haben genau gewusst, sie haben dort die Betidoren. Und seitdem ist sie, jetzt ist sie gerade letzte Woche von Bulgarien gekommen, sie macht Tontechnikerin. Und ist seit 4 Jahren jetzt dort dran. Und die ist die ganze Europa-Chattete-Jungen-Netzel. Und ich glaube, dort wirklich, also ich erlebe es einfach wirklich immer wieder, wenn die Eltern das Vertrauen geben können im Kind. Und wenn die Kinder den Sinn sehen vom Lernen, dann lernen sie Rechtschreibung, dann lernen sie alles. Egal, ob es 13 Jahre sind, ob es 8 Jahre, also es kann auch das 8-Jährige Kinder sind plötzlich gesehen. Und sie sagen, hey, ich will einen Brief schreiben, aber nicht von aussen hinein, du musst es jetzt gemacht haben, du musst jetzt die Prüfung machen. Also das habe ich, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre in diesem Bereich, als Lernbegleiterin, und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kind wegen mir motiviert etwas geschrieben hat, weil ich das will, sondern weil sie es wollte oder er wollte. Aber, und dann, wenn der Sinn da ist, dann fangen sie an. Und dann lernen sie es so schnell. Ja, sie lernen es so schnell am Ring. Meine Tochter hat dann irgendeine Zinsberechnung gemacht. Da hat sich das Gefühl, ich kann das jetzt. Also nein, wir machen jetzt ein solches Theater und sie hat es immer hier gehabt. Sie checken es. Und ich denke, das ist wie zu merken. Meine älteste Tochter ist nachher in einer weiterführenden Schule. Sie hat drei Jahre, ähm, Oberstufenzeit, ihre kreative Phase gehabt. Mega. Also die ist einfach, ja sie ist dort gewesen. Und sie hat es mega genossen. Und sie hat, ich weiss nicht wie sie das gemacht hat, sie ist nachher an einer weiterführenden Schule. Ohne Noten ist sie dort hin und ist hergekommen. Und ohne Probleme, sie hat nicht irgendein Mal gehabt gehabt. Weil in einem Fach. Und ich glaube, ich habe letztens auch mit einer von der Atelierschule mit einem geredet, der ist seit 20 Jahren dort dabei und dann hat er irgendwie das Gefühl gehabt, er ist überzeugt, auch die von der Atelierschule, die Matura-Lehrer können locker sechs Monate nichts machen, im kreativen Sinne, eben spielen. Weil er sagt auch, hey, die müssen mehr spielen auch in diesen weiterführenden Schulen. Die können das locker. Und ich glaube, er täte dann einfach das Vertrauen, ey, was ist in der Prüfung, was ist... Sorry, ich bin... Alles gut, alles gut. Das ist mein Gewir, Frau. Ja, ja. Das ist mein Gewir, also das ist so ein bisschen... Darum merke ich viel. Ja, stimmt. Also ich denke auch, es ist so die Innerhaltung vom Umfeld. Und ich glaube, als Mutter, wo das Kind halt in die Schule geht und so Anforderungen hat von der Schule, ist es viel wichtig, dass man zuhause dann mit einem Kind kooperiert und nicht in der Schule. Ja. Und wenn man nicht durchmacht und es auch nicht direkt schreibt, es ist einfach eisig, wenn man das einfach nicht schreien kann. Ja. Es sind ja andere Stellen. Du wolltest aber, es sieht doch aus wie gross. Ja, dann muss man dann grösser schreiben, nicht auf der Linie der kleinen Wurst. Dann habe ich gedacht, ja, dann können wir das ja üben. Aber dann ist es ja unzuwürdig gewesen in meiner Aussage. Also ja, es muss einfach noch ein bisschen mehr von ihm kommen, wenn ich es klarer schreiben kann. Es muss einfach von ihm der Wille kommen. Ich denke auch, ja. 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 Es gibt ja wirklich keine Zeitpunkte. Für die Jungs ist eben eine Schreibung, die kommt viel später. Ja. 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 Das ist ja mega spannend. Ja, ja. Es kommt dann auch mit der Motorik, kommen zu Interessen. Ja. Es kommt so spannend. Also ich habe mich auch recht gefunden. Also da muss man die gar nicht so früh wirklich versuchen zu überzeugen wie gross, sondern ein bisschen mehr zu schreiben. Ja. Ja, das kommt dann schon. Ja. 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 Das ist ja dritte Klassus, sie noch hat sie noch in den normalen Schulen, nein… zweit. Und dann habe ich schon Cai seen wie das mit den Noten Mirj die Haus ist es egal, ich lebe es auch vor, ist ja gleich, auch wenn sie kein Aufzug gemacht hat und ich das entschuldige. Sie hat proclaimed sich angegriffen, weil ich Besuch gemacht habe, nicht alles. Das Kind hat nicht oft gemacht, wie die Mutter oder die Suche gebraucht hat. Aber ich habe gemerkt, dass es für meine Tochter ein Problem ist. Sie stand dann blöd dort. Und sie war dann im Konflikt zwischen der Schule, der Lehrerin und mir und der Freundin. Und das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das gerade der Moment war, wo ich sie von ihnen befreien konnte. Und im ersten Homeschooling-Jahr, in der wir in der Zeit, in der andere in der Schule waren, wir unterwegs waren irgendwo, schön am Freund, schön auf dem Spielplatz oder so, hat sie sich geschämt. Und sie hat sich gefragt, Mami, was denken wir, wieso wir da sind. Ich habe einfach gedacht, denken wir. Aber sie hat es beschäftigt. Mittlerweile ist ihr das gleiche. Der Anfang ist mir recht schwierig. Also ich erlebe es auch immer wieder in der Freiläne-Schule, dass sie sich fragen, bin ich jetzt jemand anderes? Also auch wenn sie es von Anfang an gemacht haben, an dem Weg. Also ich glaube, das ist die Gesellschaft, von aussen her kommt das. Hey, was, ah, du gehst ja in so eine andere Schule. Oder irgendwie, ah, was, du kannst nur die ganzen Spiele. Irgendwie. Und ich glaube, da kommt ganz viel von aussen halt. Oder dann in die Oberstufe. Ja, jetzt weisst du immer noch nicht, was du machst. Ah, im 10. Lehr-Schuljahr. Ich habe gesagt, ja, gibt es denn aus dir etwas? Also das habe ich nur schon von meiner Nachbarschaft gemerkt. Also so ein bisschen, die haben mega geschaut. Gibt es denn etwas aus meiner Kindheit? Nein. Also, es kann ja nicht gut kommen, wenn die immer zu Hause sind. Oder ihr nichts macht. Und so. Also ich glaube, das ist halt schon, also ich glaube, das wäre ja nicht sie. Das ist Gesellschaft. Ja, genau. Aber so jung und schon. Ja, mega. Traurig. Ich meine, dritte Klasse. Und ich habe dann schon das Gefühl dafür gehabt. Wir sind anders, wir sind komisch. Was denken die von uns? Ja. Obwohl ich das ja nie vorbrette. Ich kann ja nie mehr. Ja. Dass man nicht einfach das machen würde. Ja. Nein, es ist traurig eigentlich. Ja, genau. Ich habe mal ein Interview geführt mit einem, der in die Argo-Schule gegangen ist. Argo, Säriswil, Mittelwilis-Bern, aber es war damals in Säriswil. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er es erlebt hat. Und so. Und dann hat er gesagt, das einzige Negative an seiner Schulerfahrung ist, dass er ständig das Gefühl hatte, dass er nicht normal ist. Mhm. So. Und einfach mal das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu, ich bin normal, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, das ist das, was irgendwie gefällt hat. Ja. Von dem haben wir auch viele Geschüsse, um eben den Schritt anders zu gehen. Ich würde meinen Sohn so gut sehen, weil er so interessiert ist. Ich glaube, er würde ganz viele Projekte anfangen und so dann lernen. Aber ich glaube einfach, er ist schon so fest in der Schule, dass er die Kollegen, die dort sind. Ja, das ist ein Bild von den Sozialen, als sie nachher nicht mehr raus wollen, ja. Ja. Und dann gibt es Kinder, die relativ unbeschadet, zumindest äusserlich unbeschadet durch Schulsystem durchgehen, die nachher immer noch wissen, wer sie sind und immer noch wissen, was sie gerne machen. Die haben vielleicht auch einfach die kognitiven Fähigkeiten, dass sie relativ ringt durchkommen, dass sie nebenzu ihre Hobbys leben können, ihre Interessen nachgehen können. Und wenn du ständig irgendwo merkst, du hast Mühe und du musst noch mehr machen als die anderen und bist eigentlich immer schlechter als die Hälfte aus dem Durchschnitt, das macht einfach etwas mit uns. Ich bin jetzt nicht auf das Spielen zu grossartig eingegangen. Das Spielen hat noch viel mehr positive Auswirkungen als nur eine gesunde Entwicklung. Was ich in letzter Zeit mega merke, ist sicher den Platz natürlich in den Kindern zu spielen, aber ich glaube, die Botschaft wirklich an die Eltern, an die Erwachsenen zu bringen, «Hey, gehen zu spielen, gehen zu selber spielen, gehen zu schauen, wo bist du im Spielen? Wo bist du in der Freude? Was mache ich gerne?» Und ich glaube, wenn du das selber kannst, wenn du das Vertrauen hast, dann hast du das Vertrauen in den Kindern, dann kannst du es machen. Ich glaube, dort ist es mega wichtig, um die lange Weile auszuhalten. Genau. Und ich sage ihnen immer wieder, das ist gut, das ist super, dass der langweilig ist. Und dann können wir erst die Idee erinnern, oder? Wirklich so von innen raus. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Eltern dann halt zugepflastert kommen und sagen, «Kind, mir ist langweilig, gerade etwas anbieten.» Und so sind sie ja viel schneller, die sind ja immer im Aussen drin und sie können gar nicht mehr zu sich kommen. Und auch Erwachsene, weil sie erwachsen sind für sich. Mhm. Ja. Haltet sich aus. Und ich glaube, dort merke ich wirklich. Ich bin noch mehr. Also das mit der langweilen ist enorm, enorm wichtig. Weil das braucht es von einem Spiel, von einem Projekt, von einer Sache, die aus innen rauskommt, die sie angepackt haben, aus dem inneren Drang raus, zum Nächsten zu kommen. Dann braucht es das Tal mit, ich weiss nicht, was ich das Nächste machen soll. Und das zu lassen, nicht einfach stopfen mit irgendetwas. Und das ist natürlich jetzt in dieser neuen Welt, in der wir jetzt hier drin sind, ist das ein Riesenthema. Wenn wir mit dieser Art, die wir hier gelebt haben, mit dieser Fremdbestimmung, die wir hier gelebt haben, in diese neue Welt hineingehen, das ist einfach hochexplosiv. Also behaupte jetzt mal, die ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, die wir heute haben, die wir eigentlich mit dem Smartphone, wo alle in der Hosentasche haben und ich hier auf der Alterung, es kommt ja gar keine Langeweile auf. Und wenn man nicht da ist und eigentlich den Zugang zu sich schon verloren hat und da hinten ist, es ist ja klar, man kann sich das Leben lang einfach immer ablenken. Und das sind nicht Kinder, die das machen, nur Kinder. Wir können mal uns selber überwachten. Wie viel Zeit verbringen wir irgendwo durch irgendeinem Feind durchscrollen? Hier noch irgendwie ein bisschen lächeln und dort das und das. Schön. Aber es ist schon eine halbe Stunde vergangen. Oh, oder eine Stunde. Es ist so schnell passiert. Und wir haben die Reife, oder sollten sie als Erwachsenen haben, dass wir uns damit entziehen können. Die Kinder haben das nicht. Und ja, dann werden die Games problematisch. TikTok und was es alles gibt, wird alles problematisch. Wenn es eine Ablenkung ist und dann eigentlich die Langeweile gar nie entstehen kann. Und aus der Langeweile würde das nächste Projekt entstehen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist für mich ein Riesenproblem. Das Internet ist nichts anderes als ein Verstärker. Das Internet verstärkt, was da ist. Wenn eine Freundbestimmung da ist und Ablenkung und Ersatzbefriedigung da ist, dann wird einfach das verstärkt. Und wenn man unterfordert ist, kann es das gesundes Selbstvertrauen gar nicht richtig einstellen. Weil ich kann gar nicht zeigen, was ich kann. Und wenn ich überfordert bin, kann es auch nicht einstellen. Weil ich bin überfordert, ich kann ja nicht zeigen, was ich kann. Ich könnte etwas anderes tun, als wenn ich muss. Spielen ist wichtig, dass wir uns selbst kennen. Weil wir ja das machen, was aus uns kommt. Wir kennen uns. Das wäre der nächste Punkt. Spielen ist die Tätigkeit, die wichtig ist als Voraussetzung für die neue Zeit. Also da bin ich jetzt wirklich überzeugt, dass die, die jetzt mögliche Spiele spielen können, das darf durchaus auch in der Schule sein und auch öffentliche Schule sein. Die Hauptsache, es hat nebenzu noch die Gelegenheit zu spielen. Es ist doch mal viel besser, als wenn die Gelegenheit nicht hätte. Es ist viel besser vorbereitet auf das, was jetzt auf die Kinder zukommt in ihrer Zukunft, als die, die wirklich komplett in der Freundbestimmung sind und ohne Förderunterricht und direkt nur noch alle Dinge, die sie vom Spielen erwarten. Ich habe mehr auf der Webseite die Liste von 10 Sachen, die wahnsinnig wichtig waren. Wie heute sind mir gerade so spontan gekommen. Für mich ist etwas mega wichtiges, einen mega wichtigen Punkt beim Spielen, so die Freiwilligkeit. Also wirklich selber entscheiden, an was ich daran will. Sonst ist es für mich nicht ein Act zu spielen. Genau. Das finde ich ganz wichtig. Genau. Das ist eine Voraussetzung. Ja. Das heißt, etwas für den inneren Antrieb auspacken, was den inneren Antrieb auspacken. Das ist genau das. Ja. Und auch das mit der Entschleunigung, die du vorher gesagt hast. Wirklich einfach in der Ruhe kommen und Zeit, oder etwas, alles unter dem Zeitdruck machen müssen. Ja. Es ist jemand da, vielleicht ganz passiv, aber es ist jemand da, der sieht, was er gemacht hat. Natürlich. Und was du mich wahrnimmst und in einer Ruhe bist. Ja. Gibt es Fragen? Oder Diskussionsbedarf? Vielleicht kannst du noch etwas über deine Angebote für Jugendliche erzählen. Ja. Also wissen Sie wohl, dass sie dabei waren und aktiv mitmachen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, wo es darum geht, dass Jugendliche wieder Möglichkeiten haben, sich selber zu entdecken. Gerade die, die wirklich keine Ahnung haben, was sie machen wollen. Statt als einfach in den Job hineingehen, in den Berufslehr hineingehen oder im Studio hineingehen. Mehrheitlich passiert das einfach relativ zufällig. Der beste Kollege macht das KV, macht das KV auch. Ich studiere mal Jura, weil das ist eine gute Fortsetzung. Ich weiß, dass ich eine gute Karriere mache und viel drinnen. Der Onkel hat dann eine Lehrstelle frei. Also ich gehe mal dort. Die Studie zeigt, was das meiste relativ zufällig ist. Und dann einfach wieder die Zeit geben, den Jugendlichen. Zeit geben, sich selber zu finden. In Projekte hineingehen. Die Langeweile wieder auszuhalten, wieder zu spüren. Ich weiss nicht, was sie machen sollen. Mit den Jugendlichen hatte ich auch wieder zu tun. Er hatte ein Stückchen Begleitung. Am Schluss hat er sich selber begleitet. Er brauchte einfach Zeit. Er brauchte einfach Zeit. Er wusste nicht, was zu machen. Er hatte keine Ahnung. Er brachte die Schule in Deutschland, ist in die Schweiz gekommen. Er wusste nicht, was zu machen. Und er brauchte, ich weiß nicht, zwei Jahre. Er war schon in der Schweiz. Er war schon zwei Jahre oder so. Ich glaube im Sommer ist jetzt zwei Jahre. Irgend so was. Und jetzt ist er voll drin. Er hat seine Projekte. Aber es ist lange gegangen. Das muss man nie aushalten, oder? Ja. Das muss man vor allem mehr Wachs nicht aushalten. In der Gesellschaft muss man immer alles wissen. Genau. Was man will und was... Genau. Wir würden den Jugendlichen begleiten, bis sie, wenn sie das wollen, ein Herzensprojekt definiert haben. Das hat er nicht. Das kommt aus ihnen heraus. Das definieren sie ja nicht so akademisch. Oder so. Und wenn sie das sogar umsetzen wollen, also ein Blackglass brauche ich jetzt um das Herzensprojekt umzusetzen. Ich brauche ein Berufslehrer, ein Studium. Kann ich irgendwo Erfahrungen sammeln, irgendwo Kurs machen? Nicht mit der Absicht, ich muss jetzt unbedingt ein Studium haben oder ein Berufslehrer. Kann sein, dass es gegeben ist und dass es passend ist. Es kann aber auch sein, dass ich das einfach nicht auslegen kann. Und dass dann vielleicht irgendwo das Business entsteht, das Selbstständigkeit entsteht, oder die Knossenschaft oder den Freien oder irgendetwas. Das ist hier, wir haben Coaches. Sabine ist Coache, Katrin ist Coache. Marisa auch nicht. Äh, Marisa, Entschuldigung. Entschuldigung. Das andere ist, ich bin am Wochenende. Wochenende? Bin ich wieder da mit einem zweitägigen Seminar in der Gesellschaft im Mandel, wo es um genau die Themen, die wir trotzdem angebucht haben. Einfach viel Teufel. Wir haben wirklich zwei Tage Zeit. Und dann gehen wir aber viel Teufel noch ins Spielen und in den Homo Ludens hinein. Ich nenne das den Homo Faber, der leistungserbringende Mensch. Das ist auch der, der früher war. Und jetzt kommt der Homo Ludens, der spielende Mensch. Wie funktioniert denn der spielende Mensch? Was für Glaubenssätze hat der? Zwölfmal, wie bewusst werden? Was haben wir eigentlich für Glaubenssätze? Das sind wir uns gar nicht bewusst. Eben, zum Beispiel den Glaubenssatz. Wir Erwachsenen müssen irgendwie definieren, für die wissen besser als das Kind, was sie müssen, was sie lernen wollen. Das denken wir einfach so. Das ist uns irgendwie so etwas klar. Aber ist es denn überhaupt so? Und was wäre denn ein anderer Glaubenssatz? Die Glaubenssätze würden wir anschauen, und wir könnten vor allem aber auch noch rein in die Herzensprojekte. Was ist ein Herzensprojekt? Also ein Projekt, das aus dem Herzen entsteht, verglichen mit einem Projekt, das aus dem Kopf herauskommt? Was ist der Unterschied? Und wie funktioniert das? Wie kann ich mit den Herzensprojekten kommunizieren? So, ich bin neben dem Coach, was nicht Sabrina, aber auch Marisa und Kandri gemacht hat. Und man kann Jugendliche oder auch Erwachsene begleiten. Also erwachte zum Beispiel so in so eine Haare. 50-Jährige Leute, die einmal eine Berufslehre gemacht haben, ein Studium gemacht haben, vielleicht eben relativ zufällig, dann irgendwann im Job sind, und dann in so einem 40-50-Jährigen fragt man sich, also typisch in diesem Alter, fragt man sich ja, was mache ich da eigentlich? Und will ich das wirklich machen bis zur Pensionierung? Und diese Leute nachher auf den Weg zu bringen, zu sagen, geht einfach mal in euch rein, mal schauen, was wollt denn aus euch herausgelebt werden? Und wenn sie es herausfinden, sich dann trotzdem auf den Weg machen, und die ganzen Ängste, die dann entstehen, dienen zu besiegen, das ist ein grosser, grosser Weg. Und da braucht es, also braucht es unbedingt, aber man kann es natürlich mit einem Coach oder Mentor oder Lernbegleiter oder so nennen, kann man natürlich da entsprechend zeigen, vielleicht die Wahrscheinlichkeit darüber, dass man es arbeitet. Die Ausbildung startet im März, die nächste Ausbildungsgang, kann man sich auch, und es hat Jugendliche, was ich gesagt habe, der Magic Campus, die Jugendliche gesagt haben. Kann man sich gerne in der Info-Veranstaltung eintragen, wo es dann ansteht. Und dann habe ich ihnen das Buch mitgebracht, und dann habe ich im Prinzip auch das, was ich heute gesagt habe, der Geldkampf in Friskop-Glasen durch. Dann erzähle ich ihnen von Fakten, wir sehen dort die Lupe Frauen, das staut mich nicht. Meistens sind die Männer eh so die aus der Kette sind, und es geht gerne. Wir haben jetzt die Schule eigentlich wirklich wahnsinnig geschafft. Aber gleichzeitig haben sie einen Job, wo ich mich auch dabei gemacht habe. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist das, wow, ich habe es sogar mit Namen gelesen. Also, es kommt vielleicht von so etwas ein, als ein Römerendich, ein Römerendich, ein Römerendich, ein Römerendich, Du hast auch eine Sanky für die Kathrin, gell? Du hast gesagt, das ist eben Erwachsenige, die erste Mal wieder spielen können. Ich kann es gerade überleihen. Wir haben ja schon im Wendetlog gesehen, oder? Am 23. März haben die Martina und ich, also sie hat auch das Spiel im Leben und Coach gemacht. In der Schule Bergmeile machen wir einfach einen Tag, wo die Erwachsenen mal spielen dürfen, all die Gagebote, wo die Kinder eigentlich jeden Tag im Freilernen machen. Und das auszuhalten, oder eben die Langweilung mal auszuhalten und mal zu schauen, was passiert mit einem und dann so begleiten, dass man wirklich auf den Freilernen kommt. Also, das ist dann das weitere Ziel, aber ich denke, an dem Tag einfach mal schauen, was mir passiert, wenn man in dem Freilernen ist. Das ist ein Raum mit einer grossen Lern- und Spielaufgabung. Für mich ist Spiele im Leben wirklich, das ist für mich auch eins, wo man mit seinem Kind hinkommen kann, und spielen und in Umfällen auch gehen. Und das ist auch ein Raum, den ich zur Verfügung gestellt habe, wenn ich auch einfach als Erwachsene mit meinem Kind hinkommen kann, und spielen, und spielen, und spielen, und sagen, Marisa! Ich mache noch Älterenkunst, also Älterenberatung, von Doris Gantenbein, ich habe eigentlich die Ausbildung gemacht, neben Spiel-Dein-Leben-Ausbildung, also ich mache beides, die Jugendliche begleiten, als Coach, aber auch Älteren, und dann geht es eben genau um unsere Sache, wie wir heute geredet haben, vor allem, also ich finde jetzt wichtig, einfach wirklich die innere Haltung, an denen ein bisschen zu arbeiten mit den Älteren, genau. Also, und vielen Dank, und vielen Dank. Vielen Dank.